klar doch klar doch sagt er klar doch was will er noch alles naja das ist natürlich jetzt klar laufen wir laufen wir laufen wir laufen wir mal schauen wo wir hinkommen wer hat das gesagt komisch komisch wisst ihr weiter betrachte lager ein ankommen das war jetzt laut aber es war auch also ich würde sagen wir speichern mal wo haben wir letztes mal habe ich schon bei kapitel 4 kapitel gibt es speichern wir mal hier bei kapitel 2 speichern ist sehr sehr wichtig so machen wir noch mal lautstärke musik lautstärke haben wir letztes mal schon runter gemacht aber kann doch klettern das habe ich vorhin schon bemerkt also dann klettern wir mal hinauf ich muss jetzt eh gleich eine aufnahmepause machen wieder und übrigens das ist die letzte aufnahme bevor ich umziehe also bis jetzt schaffe ich es eigentlich gut dass jeden tag eine folge kommt also fast jeden tag ja check-in wird wahrscheinlich auch vor diablo fertig sein aber naja diablo wird leider noch ein bisschen gehen aber wenn check-in dann fertig ist dann wird auch da öfters und kommen bis es fertig ist und danach kommt eventuell underground 2 let's play das wird bombe underground 2 ist einfach cool eine nuss habt ihr gesehen was für eine große nuss das war so groß und die hat er jetzt hier einfach verschwinden lassen check du bist zauberer so betrete arm aus stein und jetzt oh cool das schon wieder schon wieder ein stück holz nehmen nehmen wir das halt mal ach jetzt sind wir ja hier ok jetzt sind wir ja ok also ich wäre auch hier rüber geklettert aber check der ist nicht so so ein kletterer er ist eher ein segler auf dem schiff und so und er weiß ja auch nicht dass man fliegen kann und das alles wir gehen hoch wir gehen hoch äh sieht nach strom aus es schließt eine form der gefahr nicht aus ähm form ziehe können wir irgendwie jetzt gibt es ja einen bestimmten stromschlag ich denke nicht dass das funktionieren wird ja hm wo sein konnte unser anderer hier sieht aus als wären sie nicht gerade tourismus begeistert wo ist das hm 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 ich geh mir mal zurück ich weiß zwar nicht ob das eine richtig äh ob das eine gute idee ist aber vielleicht hat der diese andere vogel ja runter äh hallo komm ich überhaupt von hier äh hallo ah ja bladida ain't once it goes around daddy bladida äh 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 wie alt ist das spiel eigentlich nochmal was habe ich gesagt habe ich gesagt nicht wirklich aber aber sonst finde ich das spiel ist echt toll reden wir mal mit ihm reden ich warte hier bis du die suche aufgegeben hast vielen dank du bist ja eine große hilfe Arsch aber zum glück sind wir zurück und haben da oben nicht eine stunde rum gewerkelt enthält alles für den fall eines unfalls in verbindung mit einem elefanten enthält alles für den fall eines unfalls in verbindung mit einem elefanten das habe ich oha schraubenzieher spaten schaufel spaten schaft gehe zu eh nein benutze ankuss so so ist das kaputt oder wat so jetzt passt das auch wieder jetzt denke ich gehen wir mal hoch la 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 jetzt bin ich gerade mit überlegen ob ich jetzt schon mal ähm hier eine pause mache nochmal scheiße so jetzt gehen wir mal wieder hoch Hallo, 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 hab da gar keinen Punkt gesehen wie letztes Mal. Hier ist ein Hirnlauch, ein Gesicht. Das Ding hat definitiv nicht zweimal täglich eine Zahnbürste benutzt. Ist da vielleicht was dran, ne? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Passt ganz genau. Toll. Puh, das stinkt. Das Ding hat definitiv nicht zweimal täglich eine Zahnbürste benutzt. Kann man da auch irgendwie hoch? Sollen wir die wieder nehmen? Passt ganz genau. Ich hab da gerade irgendwie eine Idee. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, die Idee hat sich ganz schnell verflüchtigt. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Aufnahmepause machen. und gleich mal ein Loch. Ein kleines, rundes Loch. Ah, jetzt kann ich hoch. Crazy. Crazy. Wollte ich nicht eigentlich ganz hoch. Ah. Ach, der Affe. Geil. Ja, gut, das ist halt jetzt, naja, irgendwie schön. Na ja, also ich mache hier mal eine Aufnahmepause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal bin ich auch umgezogen. Vielleicht mache ich auch ein kleines Video. Dass ihr mal eine neue Wohnung seht. Und vielleicht mal ein Video, so ein Special oder so. Ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht mal was für Spiele ich habe oder so. Na ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Für Tipps und alles mögliche schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüsskowski. Und bis zum nächsten Mal. Und noch viel Spaß mit deinen anderen Videos. Tschüss. Tschüss. צ